Wer von euch hier vorne braucht einen Schnaps? Okay, 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 wartet, wartet, wartet. Wer von euch hier vorne braucht einen Schnaps? Okay, aber der muss was tun. Der muss was, wer ist bereit, sich auf Händen tragen zu lassen für einen Schnaps? Okay, okay. Bringt mal einen hoch. Ich möchte einen hier oben sehen, der gegen mich den Statschleifen bis zum Bar geht. Einer kommt jetzt hier hoch, der für einen Schnaps hinten den Statschleifen geht. Los, gib mal einen hoch. Komm her, komm her. Komm rüber, komm her, komm her. Ich will dich hier auf der Bühne sehen. Von Gott verdammt nochmal. Bring den jungen Mann her. Mach mal eine Arme von den jungen Mann hier. Mach mal eine Arme von den jungen Mann hier. Da ist er. Digga, was geht ab? Wie ist dein Arme? Tamo. Rappst du? Nee. Trinkst du? Ja. Das ist das Wichtigste. Alles klar, pass auf, wir machen das so. Tamo gegen Daniel. Und welche Bar wollen wir nehmen? Welche Bar wollen wir? Zu welcher Bar wollen wir? Zu der Bar. Zu der Bar dort hinten. Also wir müssen zwei Pfeiler. Wer von uns als erster da ist, der bezahlt. Hast du Kohle? Okay. Pack die Kohle aber raus, weil wenn du die verlierst, das ist scheiße. Okay. Könnt ihr uns beide tragen zur Bar? Wer als erster da ist, der zahlt. Okay. Warte. Ich leg das Mic weg. Ich leg das Mic weg. Okay. Bist du ready? Ey. Und ihr fangt uns. Wir wollen zu der Bar rüber. Helft dem Jungen, weil ich habe eh Kohle verdient. Ich brauche es nicht. Aber ich tue ihm den Gefallen. Seid ihr ready? Okay. Aber ihr gebt das Zeichen. Auf die Plätze, fern mich. Okay. Warte. Drei. Zwei. Eins. 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 Jürgen, 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 Jürgen!